Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Wir sind das letzte Mal in Bowsers Land angekommen. Und da schauen wir uns weiter um. Der Mittelhof. Ah stimmt, genau, die Quest war irgendwas mit Bomben. Cleverer Bomben-Einsatz. Schauen wir gleich mal. Oh, das war aber knapp. Oh nein! Boah, ich wollte mich von der Wand abstoßen eigentlich. Cleverer Bomben-Einsatz. Also hier haben wir Bomben. Kann ich die... Ah, die kann ich wegkicken. Geh weg. Ich liebe diese Vögel weiterhin. Die sind super, super cool. Vor allen Dingen, die steuern sich auch extrem flüssig. Ah, Moment. Da vorne haben wir noch Kisten. Boah, die schlägt über ein Herz. Dann würde ich sagen, sammeln wir doch einfach mal die Mondfragmente. Sehr schön. Ach komm schon, mach doch jetzt den Backdiff. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch Collectible Münzen an der Seite abgreifen können. Ich habe nämlich von außen auf jeden Fall welche gesehen. Hier waren da irgendwo welche. Genau. Ah. Sehr schön. Kann ich auch mit dem Schnabel holen. Ich habe erst gedacht, ich müsste mit dem Vogel dahin flippen. Aber das ersparen sie mir zum Glück. Jo. Wir machen mal alle Kisten kaputt, sicherheitshalber. Ich weiß nicht, ob da irgendwie ein Collectible drunter steckt oder so. Nö. Na denn. Oh nein. Oh. Richtig failig mal wieder. Oh schon. Gib dir Mühe. Ich könnte auch einfach aufs Dach drauf oder nicht. Ah ne. Ah. Da kommt man leider nicht hin. Und dieser kleine Vorsprung an der Seite. Der verhindert, dass man ganz nach oben flippen kann. Da ist doch ein Mond drin, oder? Ne. Aber ein Mondfragment. Ja, okay. Dann kann ich es mir auch eigentlich klemmen, die restlichen Kisten kaputt zu machen. Denn man sieht anscheinend ja, wo die Mondfragmente drin sind. Oh, schaut mal. Da unten sind noch Collectible Münzen. Links. Boah. Ich frage mich gerade nur, wo noch ein Mondfragment sein soll. Hm. Ah. Joa. So viel dazu. Und da haben wir ihn. Den Mond. Hätten wir auch sowieso holen müssen. Was ist denn jetzt mit den Collectible Münzen an der Seite? Aha. Also brauchen wir doch mal den Vogel. Und da müssen wir uns jetzt einfach nur fiefig hinflippen. Okay. Okay. Das ist nicht ganz so leicht. Ach, das geht so. Nein. Und schon hänge ich hier wieder. Mensch, 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 Mensch. Ärgerlich. So, jetzt aber mal richtig flippen. Boah, okay. Die Münzen habe ich wenigstens alle. Ich glaube, ich habe auch bis jetzt noch keine verpasst. Also, ich habe ja schon sehr, sehr genau geguckt. Und da vorne an der Stelle glaube ich auch, oder? Oder, oder? Ja, ja, ja. Alles gut. So, dann können wir jetzt wirklich den Mond holen und dann weitergehen. Oh, schaut mal, da vorne sind noch mehr Collectible Münzen. So viel zum Thema. Ich habe keine verpasst. Das Gebäude da hatte ich mir noch nicht angeschaut. Ah, ärgerlich. So, wie komme ich denn hier noch höher? Oder brauche ich ja auch so einen Vogel? Ach, Quatsch. Geht doch sicher auch ohne. Ah, nicht ganz so schön, aber geht's. Ach, bitte. Als ob. Na, schau mal eine an. Zack und 33. Ich wette, wir können uns auch schon ein Kostüm leisten. Also, wenn es hier 100 Münzen gibt, dann gibt es ja auch zwei Kostüme zu holen. Ich hoffe, gleich kommt mal irgendwann der Crazy Cap Store. Naja, ein weiterer Mond. Cleverer Bombeneinsatz. Konfrontation mit den Broodals. Sehr schön. Ja, wobei, ich meine, genau genommen ganz so viel mit den Bomben habe ich ja eigentlich gar nicht gemacht, ne? Also, es hält sich schon in Grenzen. Na, wurscht. Konfrontation mit den Broodals. Oh! Wenn man von Teufel spricht, der Crazy Cap Store. Wie süß auf so einer kleinen Zwischeninsel. Souveniershop. Ach, ist das schön hier. Hey! Statuen. Die sehen doch schon so catchbar aus. Hm. Irgendwo ist hier doch mit Sicherheit noch eine Statue, die man... Ah, Moment, oder? Ah! Schaut ihn euch an! Holy moly! Nicht schlecht. Stein Mario. Wie bei Super Mario Brothers 3. Ja, es gibt doch eine Belohnung, oder? Ah, natürlich. Kann man schon fest von ausgehen. Und! Da haben wir ihn! Den Mond! Jizo in einer Reihe. Oh, was ist denn das hier? Ah, Moment, da könnten wir auch mal mit einer Statue hingehen. Oder sollen wir... Ach, wisst ihr was? Nein, 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 nein. Wir holen erst das Kostüm und dann schauen wir uns weiter um. Hallöchen! Nehmt all mein Geld! Nein, das wollte ich nicht. Sondern... Den Bowsers Landmond. Einkaufsbummel in Bowsers Festung. Und natürlich auch Kostüme. Oh, ein Samurai-Helm und eine Samurai-Hustung. Sehr schön. Ziehen wir natürlich direkt mal an. Ja, das zweite Kostüm. Hachimaki und Happy Outfit. Weiß ich nicht. Also, das zweite Kostüm gefällt mir jetzt nicht so. Bowsers Landsticker. Die sind schön. Sehr cool. Erinnert mich so ein bisschen an die Spielkarten, die Nintendo früher mal hergestellt hat. Nintendo hat ja ganz, 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 ganz am Anfang Spielkarten hergestellt. Und die sahen so ähnlich aus. Oh, ist das ein nices Kostüm. Vor allen Dingen mit den Münzen vorne drauf. Oh, es hat schon was. So, jetzt geht's aber weiter. Mit der kleinen Erkundungstour. Da sind doch Collectible Münzen drin, oder nicht? Sehr schön. So, da kann man wahrscheinlich drauf und dann wird man hochgeschleudert, oder was? Ah. Hallöchen. Wenn du sehen willst, was da drin abgeht, musst du dich schon mit mehr Hingabe deinen Klamotten widmen, mein Freund. Mit dieser Rüstung siehst du aus wie ein Samurai-Krieger. Beeindruckend. Das ging ja flott. Krass, das hier ist hinterm Laden. Echt? Ah. Oh nein, wie cool ist das denn? Was? Das ist ja mal mega cool. Och, was für eine schöne Idee. Das ist ja richtig schön. Oh, das ist mit die schönste 2D-Stelle bis jetzt. Muss ich einfach mal sagen. Das haben sie ja richtig nice gemacht. Auf sowas muss man erstmal kommen. Also ich mein's so künstlerisch. Ist das Spiel schon so ein richtig fetter Kaventsmann. Oh, schaut mal. Da unten ist eine Musiknote. Ja, da kriegen wir wahrscheinlich den Bonus-Mond. Ich versuch mal, den direkt mitzuholen. Ach, komm schon. Ah, das schaffe ich glaube ich nicht mehr. Ah, ganz knapp. Oh nein. Oh, und natürlich flicke ich in die Suppe rein. Weil ich wieder so ungeduldig bin. Muss ich jetzt von vorne anfangen? Dann schneide ich. Ah, kurzer Cut. Zack, und schon sind wir wieder hier. So. Probieren wir das Ganze nochmal. Eigentlich ist das doch gar nicht so schwer. Wollte ich doch gerade sagen. Oh, und da ist ja der Mond. Sehr schön. Notenjagd hinter dem Paravent. Ah, Paravent heißen die Dinger. Ich hatte die ganze Zeit schon überlegt. Bin ich auf den Begriff gekommen? Oh. Holy moly. Ah, auch eine nette kleine Geschichte. So. Sehr schön. Die Überquerung des Gift-Sumpfs. Mir ist das Gift gar nicht so sehr aufgefallen, ehrlicherweise. So. Weiß ich nicht. Es könnte sein, dass hier auch noch was versteckt ist, aber... Ach, nee. Nee, das haben sie nicht gemacht. Kann ich mir... Na, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja immerhin schon zwei Monde in der Challenge. Da werden sie mich noch mehr da reingepackt haben. So. Was ist denn jetzt mit der Bodenplatte da vorne? Genau. Sprinten? Ach so. Ah, sehr schön. Ha. Doch. Okay. Nochmal die selbe Geschichte, die wir oben schon hatten. Und natürlich auch ein weiterer Mond. Untergrund. Jizo. Oder Jizo. Jizo, Jizo. Ich weiß es nicht. Also... Nagelt mich da nicht fest. Die Begriffe kenne ich halt nicht. Jo. Haben wir noch irgendwas auf der schönen Souvenirinsel? Ansonsten begeben wir uns dann... Selbstverständlich weiter zu den Brugels. Wihuuu. Wisht mich, ob es jetzt hier einen besonderen Kampf gibt. Oder wieder nur so einen Standardkampf. so und wir erreichen den haupthof eingang alter schwede sieht das cool aus vor allen dingen mit den statuen an der seite das ist schon das ist schon richtig richtig nice wo haben die sich hier mühe gegeben die hochzeit steht kurz bevor und der chef macht sich da vorne im turm schick für das große ereignis ihr beiden macht euch aber besser schnell aus dem staub denn ihr steht nicht auf der gäste liste ich dachte ich müsste jetzt gegen zwei gleichzeitig kämpfen du musst dich immer hier noch mal machen ich glaube die schlägt nach vorne so halb gelungen der angriff aber sie hat sich auch ein bisschen verändert also mit diesen stachelbomben hat sie glaubt das letzte mal nicht gekämpft ich glaube einfach mal im kreis so sehr schön na das war doch besser als vorhin das ist auf jeden fall auch die gruseligste von allen und ihrer komischen kreischerei die ganze zeit die ist schon echt ein bisschen wird so ich bleib mal bei meiner ich laufe im kreis ohne taktik hat das jetzt ganz gut funktioniert so komm greif mich an oh jetzt hat sie mich so wirklich getroffen aber egal ein treffer gegen sie und das sollte es gewesen sein ah ok das heißt da vorne muss ich nochmal gegen jemanden kämpfen und dann dann komme ich hier wahrscheinlich weiter na gut dann suche ich noch mal fix ein herz oh schau mal ein bilderrahmen inaktiv also so drei kp hätte ich schon ganz gerne hier muss es doch irgendwo toll collectible mützen ich will herzen haben vielleicht auf der anderen seite noch ich meine da vorne war ja wenigstens so ne so ne kiste ah ne statue ja schau mal ok da stehen auch noch kisten ja dann sind die genau ja ja dann sind die zum heilen da so schauen wir mal welcher kampf uns jetzt erwartet ach jetzt ist der kleine mit der grünen mütze dran mit dem hut meine ich oh der chef hat nicht übertrieben als er meinte ihr wärt hartnäckig das macht aber gar nichts denn ich werde der familie der brudels alle ehre machen und euch ausmerzen der war glaube ich relativ einfach also ihr wisst ja die sind jetzt alle nicht so ganz schwer aber ich glaube das war von den brudels noch der leichteste ach genau ach genau die musik treffen ach so war das das war auch glaube ich der erste den wir getroffen haben kann das sein also der uns im spiel begegnet ist oh schau mal da können wir uns sogar noch zwischen heilen und so viel fairer der kampf so Nummer zwei heißt einmal müssen wir noch angreifen na komm schon jetzt lass dich angreifen so geht doch einfach mal aggressiv spielen dann kommt man weiter und da haben wir auch schon den powermond konfrontation mit den brudels holy moly und schon geht's weiter und zwar abrechnung in bowser's festung kommt jetzt schon der kampf gegen pausa also ich muss auf jeden fall nach ganz oben ja sieht so aus ne könnte sein dass wir uns dem finale nähern who knows who knows who knows ja viel gibt es hier ehrlicherweise auch gar nichts zu entdecken außer diese statue hier wobei ich jetzt auch nicht weiß was ich mit dir machen will da ist so ein sockel war so ein sockel auch auf der anderen seite also es wird definitiv einen grund dafür geben dass man diese statue bewegen kann aber wo man sie hinbringen muss keine ahnung also was zerstörbares am boden oder so ist hier doch auch nicht komisch tja vielleicht weiter vorne ach finden wir schon noch raus also die stelle muss ich mir hier auf jeden fall merken ansonsten ich hab da vorne noch collectible münzen gesehen zumindest auf der rechten seite endlich wir haben den haupthof erreicht hat aber schon lange gedauert der haupthof oh schaut mal hier haben wir schon so einen endgame block brauchen wir schon einen kleinen pickevogel das ist auf jeden fall schon sehr sehr gigantisch hier das gebiet also die großen gebäude und so das sieht schon sehr beeindruckend aus muss man einfach mal sagen haben sie wirklich schön gemacht da unten könnte man sich auch noch mit so einem ähm vögelchen langhangeln hm warum sind denn da stacheln oder ist es einfach nur ein deko-element vielleicht damit man da nicht rüber ja wobei ne keine ahnung werden wir auch noch rausfinden so was haben wir denn hier vorne noch hm oh es geht nach unten holly molly damit habe ich jetzt nicht gerechnet hinter gittern gefangen was für ein cooler mond sehr schön dann müssen wir auf diesen ort auf jeden fall nochmal zurückkommen oder an diesen ort nochmal zurückkommen wenn wir so ein vögelchen haben boah es ist schon relativ unübersichtlich ja wobei das unübersichtlichste königreich war jetzt tatsächlich new dong city muss ich sagen also da hatte ich schon probleme mich zurecht zu finden einfach wegen den ganzen hochhäusern und weil es doch ja doch durchaus sehr verwinkelt auch ist jo haben wir hier vorne noch was oh nein hauptsache abgerutscht so wie komme ich denn da jetzt nochmal hin kann ich einfach hier lang laufen ja suchen wir weiterhin die wände ab ich denke mal an einem Ende wird es auf jeden fall noch was geben schaut mal da sind auch wieder so begrenzte also diese stacheln sind an der seite wieder dann sind das wahrscheinlich wirklich Deko Elemente ich weiß doch gar nicht ob ich mit einem Vogel überhaupt da rüberspringen könnte ich glaube das passt nicht also selbst wenn ich mich da unten ab weg flippe was auch immer da komme ich glaube ich nicht bis da vorne zu der Wand hin also das reicht nicht sehr mysteriös irgendwie muss man die Gebäude aber trotzdem erreichen können da muss ich mir definitiv noch was einfallen lassen na gut dann würde ich sagen gehen wir hier an diesem Punkt weiter beziehungsweise wir betreten den Haupthof aber erst im nächsten Part ich hoffe ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen sollte dem sein lasst mir gerne ein Like und ein Abo da so oder so würde ich sagen bis zum nächsten Mal machts gut euer Huxel ciao